ja Leute, was geht? Hier wieder Dragon Ray und ein neuer Glitch, wo ich selber herausgefunden habe oder selber entdeckt habe hier einfach ganz normaler Knife Long, also im Zeitlupe jetzt gleich hier Dreieckmessern dass er aufgeladen ist, also Dreieck in der Zeit, wo es die Waffe wechselt, halt gleich Messern also Dreieckmessern erst da wieder und das muss man mit Astronauten machen, ich weiß nicht ob es auch mit dem Zombie geht, aber mit dem Zombie geht es glaube ich auch hier Zeitlupe Dreieckmessern so, danach kann man beliebig wieder die Waffen wechseln, das ist dann egal ich würde es empfehlen mit der Anfangswaffe hier zu machen drauf springen, jetzt hat es nicht geklappt am besten springt man drauf der Nachteil ist, da oben ist Todesbarriere, ich weiß nicht wie es geht, ihr könnt mal ja ausprobieren ob man da oben an einem bestimmten Punkt stehen bleiben kann oder ob man da, wo man da rumlaufen kann schreibt es mir in die Kommentare und da oben bleibt man stehen und so schreibt es in die Kommentare, wenn ihr was Neues herausgefunden habt und bis zum nächsten Mal Ciao Leute was sagt sage ich etwas und hier Bis zum nächsten Mal.